Hallo, das ist der Manuel Schad von SR Sports. Heute mache ich mir die Finger dreckig. Wir machen da auf dem Moped zwei neue Pneus. Und warum wir das machen, erklären wir euch im Video. So, schnell ein wenig fertig machen für ein Enduro-Boxer-Treffen. Dann kann der gute Kamerad auch mitfahren. So, das ist jetzt wieder kurz vor knapp. Wir haben jetzt einen Tag vor dem Enduro-Boxer-Treffen. Und müssen da schnell noch Reifen aufziehen. Der Kunde kommt dann nachher, hilft weniger zu. So lange will ich einfach nicht warten. Deswegen gehe ich da schon mal an die Sache ran. Ja, warum andere Reifen? Das sind Straßenbereifungen. Und das Motorrad hat auch 26.000 km erst drauf. Das wäre total schade, wenn wir das jetzt verranzen würden, weil er hinfällt. Die billigste Version ist einfach zwei neue Reifen drauf. Und sollte an sich kein Problem sein. Also, legen wir mal los. Das ist schön. Da seht ihr, das Profil ist nicht so ideal. Was man noch schön zeigen kann, da ist dann schon die HI-Bremsanlage verbaut. So, und wie so oft haben wir uns für einen Mefo-Reifen entschieden. Hinten Stonemaster, vorne den MFC 14. Und den drücken wir jetzt mal auf die Felge. Jo, da kommt der mal drauf. Aber ich glaube, wie man Reifen aufzieht, muss man euch nicht zeigen. Yeah, also mit der Stolle, da geht nichts schief. Aber da hinten haben wir gerade ein Problem. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das sieht nach Kontaktsport aus. So, da fallen mir auf Anhieb ein paar Lösungen ein. Und die zeige ich euch jetzt mal. Lösung Nummer 1. Kraftstoff, Feuerzeug. Lösung Nummer 2. Das Mefo-Stollenmesser. Wir trennen einfach die Stollen runter. Auch eine Lösung. Und Lösung Nummer 3. Wahrscheinlich die beste Lösung. Ich gehe in den Internet-Shop. Natürlich auf www.swt-sports.de. Gehe oben in die Suchleiste. Gebe dort Distanzscheibe ein. Dann taucht der Artikel auf. Jetzt die Menge auswählen. In den Warenkorb legen. Zum Bezahlvorgang. Und schon wird das Teil verschickt. Nach 2-3 Tagen kommt der Bossbote und bringt mir die Ware. Danke, Bossbote. So, zurück in der Werkstatt. Am Motorrad. Hier haben wir die längeren Schrauben. Natürlich werden die Original-Tegel noch benutzt. Das ist die Distanzscheibe. Und für alle, die es wissen wollen, im Straßenverkehr nicht zugelassen. Also es gibt kein Düftgutachten dafür. Aber jetzt für so eine Ausfahrt auf der Motorradustrecke oder durch die Wüste, kenne ich jetzt auf die Schnelle keine bessere Lösung. Die beste Lösung wäre Außermittelspeichen, den Link. Aber das kostet Geld. So, Rad runter. Es wird mal kurz laut. Als kleinen Verbesserungsvorschlag. Ich habe den ersten Gang reingelegt und habe die Bremstrommel schon mal losgeschraubt. Dann tut man es leichter. Dann ziehe ich das Rad runter. Lege hier den Ring drauf. So, ich habe den Ring jetzt draufgelegt. Die Felge kommt wieder an den Endantrieb. Ich kontrolliere dann auch später, ob ich genügend Platz zwischen Auspuff und unserem Antrieb habe. Weil das wäre natürlich dann blöd. Wichtig ist es, die Schrauben immer mit der Hand einzufädeln. Also nie da gleich mit dem Schlagschrauber drauf. Da leidet dann auf jeden Fall das Gewinde drunter. So, immer schön den Kegel drauf und reindrehen. Und wenn die mal angefädelt haben, dann kann man da auch über Kreuz arbeiten. Und was noch zu beachten ist, wir reden da jetzt von einer 19er Schlüsselweite statt 17. Was aber jetzt auch kein so ein Problem darstellen sollte. Alle angefädelt. Jetzt kommt der Gerät dazu. Gang raus. Herrlich. Was ein kleiner Nachteil ist, dass hier ein größerer Spalt entsteht. Aber was hätten wir jetzt vor dem Enduro-Boxer-Treffen als schnelle Lösung machen sollen? Das geht nur so. So, wieder die Bremse nachstellen. Aber das wisst ihr ja alles selber. Ich meine, einen Reifen hat jeder von euch schon gewechselt. Und ganz wichtig, der Drehmoment. Stellen wir ein und ziehen das Hinterrad fest. Immer schön entspannen. Also wie ihr seht, die Reifen sind drauf. Das Moped ist bereit für den Einsatz beim Enduro-Boxer-Treffen. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis bald. Euer Manuel Schardt von SWT Sports. Ciao.